Ja, ähm, Maxi und ich machen dabei was Produktives. Ja, was Konstruktives. Du meinst was Kontraproduktives? Nö, ne Mine ist glaube ich nicht so kontraproduktiv, oder? Doch, in meinen Augen schon. Außerdem können wir dann die ganzen Items aus unserem Haus holen. Komm Maxi, wir sind jetzt ganz fies, wir gehen jetzt nur in unseren Dschungeln und bauen in unseren Aztekentempel, oder? Ja, genau so. Ihr habt doch sowieso keine Rohstoffe dafür. Machen wir's. Doch. Wir sind, wir gehen einfach zum Alpenhaus. Das ist mir ruhig. Jungs, kommt doch her, die paar Meter ist es doch jetzt auch nicht mehr. Die paar Meter genau. Leute, ich hab' eine geniale Idee, ihr müsst mir zuhören. Oh Gott, das ist eine Idee. Wir machen jetzt ein Wettbewerb. Hier baut einen normalen Tempel und hier ein Aztekentempel. Ich will aber auch Aztekentempel bauen. Wir machen was zusammen, wir machen was zusammen, wenn dann zusammen ist langweilig. Das ist der alte Mann, dieser grauhaarige, der kenne ich nicht. Ja, ich weiß, aber ich hab' dann nie so ein Gedächtnis dafür. Ja, ich weiß, aber ich hab' dann nie so ein Gedächtnis dafür. Ja, das ist auch gut. Maxi? Ja, da muss ich hier aber alleine dran bauen, weil der Mann ist nur für die eine Aufnahme da. Ja. Und außerdem bin ich für die Lastik, weil der Spessels. Egal, dann hol mal uns er trotzdem mal die ganzen Rohstoffe und jetzt klick halt mit der Maus rum. Na, dann halt nicht. Ja. Hey, bei ihr wird auch Stone Gravel und es ist dann noch eine Gravel. Und es ist dann noch eine Gravel. Was wollt... Was will ich hier eigentlich gerade machen? Achso, ja, ich wollte meine Spitznacken machen. Ach, mir mal auch eine bitte. Also... Moment, ich bin jetzt mal so gut im Bau ein Stück von uns zum alten Haus hab. Nein, Oli, gib mir mal... Andi, gib mir das Holz wieder. Hast du mich gerade mit Andi verglichen? Oh. Oh. Hä, was? Leute, ich hab grad so der Bock auf eine Loll-Runde, aber... Oh, ich auch. Scheiße. Nein. Aber ich muss um 10 aufpassen. Ich hasse euch. Ich auch, aber... Aber ich glaub mein Limit ist sowieso schon weg. Ja, aber dann würdest du nicht mehr mit uns reden können. Hey, ne, mein Limit ist nicht mehr. Gib mir meine Spitzung, Oli. Bitte. Da. Andi, wo bist du? Da. Also ich hab jetzt eine Demanschbezacke, ich darf nicht, wiederhole, nicht. Echt jetzt? Und ich hab noch eine Steinschbezacke, dann nimm wenigstens Eisen für mich mit. Ja, hab ich ja. Wie? Ich hab jetzt alle Items auch aus uns zum alten Haus mitgenommen. Gut. Wie viel Erde haben wir? Wofür brauchst du Erde? Wir haben... Dreieinhalb Stacks. Gib her. Ganz echt, wofür brauchst du Erde? Nur mal so. Da liegt's. Ah, bloß zwei, ein paar würde ich auch noch haben. Erdzeppel bauen. Das wäre ja auch mal ne coole Idee. Nein. Das wäre einzige Idee eigentlich. Und wenn ihr spontan nicht, mir nicht jetzt nicht endlich meine neue Maus, ey, dann gibt's zappen Duster, ey, wirklich. Ja, komm, komm. So für eine geile Maus, ey, komm 70 Euro, was doch wohl übrig haben. Ich geb doch ein 70 Euro für ne Maus aus. Das ist verrückt. Ich hab grad mal 45 für ne Logitech gezahlt. Du hast sie nicht gezahlt. Du hast sie geschenkt gekriegt. 50 waren sogar. Ja, gut, ich hab sie geschenkt. Ich könnte natürlich jetzt Oli Arbeit geben und sagen, wo ich meine gekauft hab. Mit statt. Ja, genau. Aber dann tötet er mich. Alleson Saksrang Sachsims und Geld. Das lass ich einmal, lass ich alle! Das schafft er auch noch! Nö, ich hab' meinen Plan, wo ich meiner hab'. Aber meine nächste Maus wird auf jeden Fall eine bessere Maus als so ne scheiß Maus, die ich jetzt hab. auch ich hab ein bisschen geile Maus und ich hab das ist so ein Jahr die eigentlich also alle noch schlechter und sie sind ja sie schlacht haben die sie in der ganz ganz genau zu nehmen meine Mäuse sind gemeint um sie dein Mäuschen bei dir zu hause sind schön schnell oder mir gab aber auch die sind richtig heiß woher weißt du das so ja Max ich kenne ich doch du spielst Duke Nukem hallo ja stimmt auch das ist eine Mutter der Duke Nukem schenkt Duke Nukem schenkt bin ich nur aufpassen was ich sage vielleicht schaut sich das an warte mal hier machen wir das auch noch mit den Dings aber dafür reicht unser Ding nicht oder? Nee dafür hat er auf und verdienen los und ich habe keinen Platz war es erst noch Platz im Inventar ja scheiß viel ich habe ja kein Zeug von euch gekriegt ja warte ganz kurz dann werfe ich dir mal was runter ich habe den Ride-Bowse-Button-Skill Dründermär hier wir hatten heute echt so ein Epic Game und dann war da auch echt so ein Scheißdründermär aber ich hätte den fast besiegt ja du als Sinn ja super der Mannschaft die auch total runtergedamaged als Akadion aber dann kommt der wieder mit seiner Kack-Ultie und dann B aber den Twisted Fate tätig mit meinem Messerwurf als Chaco fast gewonnen Jungs es geht hier um Minecraft ja immerhin ja toll ich glaube es ist langweiliger über Minecraft und Blöcke zu reden und zu und zuletzt die League of Legends Runde ich hatte alle anderen nicht so sicher ich und alle hatten schon scheiß viele Anfragen so ey wollen wir mal zocken ja echt hier echt jetzt Loll eine eine ja aber immerhin oh ich hab gibt's mir noch mal Spitzacke äh ich hab keine mehr übrigens Max hättest du mir jetzt noch deine Dinger gegeben dann hätten wir es geschafft die Brücke zu bauen ich gehe aber ich verschenke nicht meine Dinge ja ich auch nicht also wenn dann wenn dann will ich schon Geld dafür Oli die ist doch sicherlich langweilig du willst doch ein Piep schon ein paar Au Leute hab ich gerade schon gekriegt Essensleister oh ja und nom 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 ich muss was essen, nom 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 rotenfleisch ich hab sieben Eier und ich wundere mich gerade dass mein Ramm ich... ich habe sie mal oh fuck und ich habe sie in der Hand ich hab so in der Gefühle und da ist ein riesiger Ein riesiger Bug Andy W cad network Jungs, komm wir langsam ich bin jetzt out of Erde in den Drecksmaßel also auch doch mal hier ist schon klar dass eure ITEM study spawnen hast du nicht eingesammelt du Potsau ach ihr seid solche boah ich konnte nicht ich hatte volles Inventar ich hab auch volles Inventar Moment Olgi woher hast du volles Inventar ich baue eine Miene und da kriegt es auch so was das nennt sich Kiste kennt ihr das äh da tut man an einem Items frei okay und sind da drin ja Maxi du bist näher zur Oberfläche würde ich mal sagen du brauchst eine Kiste ne wäre doch mal ne gute Idee hast du jetzt Terraria und weiß wie weit der von der Oberfläche entfernt ist oder was nee aber ich sehe dass er auf der Treppe höher steht als ich eigentlich steht vor dir sowas nennt man Logik Maxl kennst du das nö ja der Maxl ist schon müh der Situation als Tee oder Oli ja stimmt es ist ja schon nach halb neun oder nee letztes Jahr ist aber schon dass es jeden Tag später wird ne irgendwann mal werde ich den ganzen Tag durchmachen Magna dann werde ich deine Schulnoten sehen und ich möchte morgen noch Latein lernen Aha ja wie bist du morgen Latein ach soo Scheißmusi O Boah leck WEM Standpels habe ich mit Latein verpasst Boah Äh Andi du hast so ziemlich die ganze Lateinstunde geschlafen wenn man es war in der Verstärkrankheit ja ich habe es zu haben ja wir haben jedenfalls auch scheiß viele Hausaufgaben bei mir braucht sich die Welt ja nicht auf da sind wir echt nicht mehr sag mir mal was die alles hatten und so bitte äh ich hab keine Ahnung denkst du das merke ich mir da sind Diamanten haben wir schon unsere Bücher bekommen äh ja die Bücher haben wir gekriegt war das mit meinem Buch äh das hat sie noch okay ich mag es ist ja so gebraucht werden sie mit ich wollte es dir in die Webcam halten dass das abschreiben kannst aber naja ich habe sieben Eier verbraten nie Max hier hast du echt unsere Items nicht aufgesammelt nein hab ich echt nicht die liegen da nicht mehr du bist ein Arschgesicht weißt du das da so und die Tüte sofort gesperrt ey Max ich mag jetzt trotzdem noch wissen was alles drankam was glaubst du ich merke mir das sind wir schon im nächsten Kapitel äh nö wir haben das letzte Kapitel fertig direkt wir müssen uns direkt gerade ausbauen da ist so ne so ne unter wasser und so ne unterirdische Miene von also ich finde so ne Kiste wär mal nicht schlecht ne äh ich finde mal Essen wäre nicht schlecht für mich okay und das ist eine verlassene Miene das ist eine verlassene Miene ja wir haben es ja ich sag dir Andi ich sag dir nach der Aufnahme was wir hatten in Latein interessiert mich aber jetzt betreut mich für die Kiste hat ihr was zu pressen für mich bitte irgendwas ich nehme auch gerne was was vor Ort ist oh ne da sind diese Giftspin Moment ich gebe dir was Pem Pem wo es ein Giftspinnt ich hab die noch nie gesehen hier wir sind in den Minschach wenn du da bei uns hast es wieder auf zwei Diamanten hier auf der Treppe liegen 3 4 5 und da meldet sich gerade ein Detlef an Leute wir haben Diamanten ist nicht cool ja das ist cool na und er ruft mich an nee lehn ab lehn ab sagt wir wir nehmen auf ne weißt du ich lade ihn jetzt in die Konfi ein aber wir sagen ihm nicht wo wir sind haha boah wie cool ist das denn was denn wo bist denn du wait for me ey habt ihr das echt so aufgefunden ach so das ist ja ja das ist ein aber das ist ein neuer Minenschacht die neuen Minenschacht haben jetzt hier Zäune boah ist leid und das ist Diamonds und ich baue sie ab wartet hab ich doch schon gesagt dass da Diamanten sind ja ich weiß aber abgebaut habt sie sind jetzt ich kann sie nicht ab oh man scheiße ich habe Ends Angst was habe ich alles in Latein verboten es war auf jeden Fall scheiß viel Hausaufgabe egal eh ich mach hier unten mal ne Kiste oder ist hier unten irgendwo ne Kiste hey wie was heißt scheiß viel Hausaufgabe wie viel schriftlich ist es oder wer denkt sich sagt mir das ist und ich wollte mich auch ich denke dass du nimmst mehr ich haue die übrigens ich habe keine Entschacht ist ja hat mir eigentlich er jungs ab Prozent Karten der schnell die Kiste machen 9 nötig erneut sich das reitens einsam in der Macht der Kiste an die Stelle und der oder es auch halt einfach das Holz hier griechend ist ja ich hab heute nach dem Ort macht ja in Deutschland gar nicht dabei Jungs die Jolle in der Menschheit um ein Schatz in sie mal ein neues Jahr mein gott oh mein gott oh mein gott wo kommen sie her gift spielen wo ich will sie sehen er trägt ein solcher sein an die da kommt der zombie heilig auf uns hier direkt über müssen die gift spielen direkt hier über mir wahrscheinlich wenn es nicht so scheiße spielen okay da müssen wir irgendwie schmalt einfach da hoch und dann bei euch okay ich muss doch Gott ich werde jetzt erst mal die diamonds das gold den Gravel des roten des roten flechthalte ich gemacht schon der ist entschuldigen er ist wichtig n sollte der Mann spitze ja ich lasse hier um ein Gott ist das hier tun äh ich habe es nicht wahrlich übrigens die Helligkeit hey hier ist eine Treppe die Wesen um ein Gott kommt man zu mir hoch ist ein gar nicht mehr ganz viel spinnen Warte mal Andi wo bist du da Warte mal Andi Watt Andi Watt in der Sitzung ich habe Gold gefunden haben die ich habe und sagen Warte wo mein Gott hier ist ein Träger in der Sitzung das ist der 60 da ich will das explodiert die auch nicht nur ein Schaue bei der Schwanke geht in den Maaschus vertreten durchschnittlich noch bei mir und es ist uns scheiß wichtig sein und das bleibt bei mir gerade ein bisschen aber das machte ich wollte schaue mich wieder zu gestern und einfach zurück ich habe zurück ist beim Mann sagt doch einfach das sagte noch nicht und schüttlich bleibt auch einfach dass du aufnimmst habe ich noch um ein Gott Bordaarst der Sporner glaube ich ja auch so leuchten er und ich hab hier in Eingang zu einer normalen weiteren Hülle mit Pilzen drei Leute sind so glatt ist die Welt um ein ein ganzes Jahr nach der Spinnenspaar ein Neuer Warte doch mal bitte und da ist ja eigentlich schon die und die Welt schießt man als Stopp wo seid ihr halt so stark und die Spinnenswohnung wo seid ihr Kammer bitte einer sagt sind erstens nehmen wir dann die ganze das ganze Zeug nicht auf und jetzt geht doch um die wozu erlassen wir den Spinnenspauner entdeckt bei mir ist ein Spinnenspauner ich hab keinen Spinnenspauner aber wenn du dieses Holz wegmachst dann siehst du Krabbelstönen sind Giftspinnen kleiner oh fuck sie sind kleiner